Boah, ich hab drei Kilo abgenommen. Nice, ne? Was? Was Bewegung alles ausrichtet. Die Panda-Kickers. Mit meinem Weight Watchers hab ich jetzt 15 Kilo abgenommen. Ja, das funktioniert echt gut. Meine Arbeitskollegin macht auch Weight Watchers. Sommer geht's runter, Winter geht's rauf. Ja, wenn du die ganze Zeit dran hältst, ist es schwer, ein bisschen viel um die Ohren gehabt und so. Die Festtags sind auch öfter, ne? Nee, ich bin nicht die Festtags, ich meine jetzt. Aber das macht nur noch Tag. Aber die Schokoriegel vom Kind und Reichweite sind dann immer gefährlich. Du bist ganz gerne sehr leise mit dem Headset. Ich? Ja. Jetzt ist es, weil ich flüster. Jetzt ist es besser. Ach, was hab ich dein Audio angemacht? Ja, der Video war ein bisschen weggedreht. See. Vermutlich nicht. Hm, Audio? Hm? Nein! So langsam. Ja. Hummel war's halt, ne? Ja. Guck, ich komm da nicht schon hinterher, der hat den scheiß Ball, ne? Hau den mal weg, den Kleinen da. So groß wie dein Fuß. Ja, hau den mal weg, den Kleinen da. Boah. 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 Pummellert. Aber ja, noch pummelige Fisse. Achso, ich bin ja. Achso, ich bin ja. Ich drück den scheiß Verteidiger von dir. ich glaube außen war die war der war die ecke so ok oder sollte ich nächstes mal ein bisschen kürzer bisschen kürzer man so auf elber punkt ungefähr ich drücke die weg von dir haben wir noch den b-knopf klicken was aber ich kann rückraum spielen naa egal wer macht das ist das ist doch hier aber stoffer schlopfer doch vor und doch vor ich weiß nicht wie macht ihr das und er passt anstunden er war nicht gut ich weiß nicht ob die stunden drücken hat er hat das ist doch die wichtigen perfem ich auch eigentlich gar nicht so schwierig sind einfach die linie lang zu spielen aber nein er muss den in den fuß spielen oder gegen den fuß des gegners ach ich finde ich so schnell ist das gehe ich gerade nicht so aus also Stefan ist schnell auf gelb kann man die schnellen Bälle spielen Stefan ist schnell der schnellste auch da hat man gesehen wie schnell er ist schade ja da ist gut zu doll und dann ist gut Torwart muss schon nach oben schießen wenn er oh was macht der Torwart Spiel neu wie Neue das Spiel schnell machen also jetzt ja ich würde eigentlich ach schau haben die Torwart ja ne aber wenn wenn die im Torwart haben dann ist das keiner der den dauerhaft spielt da müsste ansonsten die ganze Zeit so ein Dreieck drüber sein ach so stimmt kann sein dass das ist der der Pro von dem Typen ist der alle spielt weil ich sehe auch gerade drei Typen vorne rumlaufen wie die Pros aussehen also ja 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 Ich wollte den Verteidiger mit mir ziehen, damit da ein bisschen Platz ist. Ah, das ist alles zu, leider. Jetzt. Ah. Ja. Ah, was ist denn noch ab, jetzt? Wenn man die erste Mittelfeldreihe gut überspielt und dann war ein bisschen, äh. Muss aber auch mega knapp gewesen sein. Ja. Geile Bewegung. Geile Bewegung. Schön. Oh, wow. So gut. So gut. So gut. So gut. So gut. So scheiße. Ey. Oh, kann der auch mal zu raff ankommen? Was denn ist das Problem? Ja, gut. Und die Blasen erst in den Flanken, ne? Ja. Ja. Ich bin auch schon aufgefahren. Ja, guck mal, aber von den Chancen her und vom Ballbesitz dominieren wir die aber leicht. Das riecht, dachte du, Lines, äh. Ja, Safecourt, das verliere das Spiel. Verlustig. Ja, müssen irgendwie noch das letzte Dritte irgendwie noch ein bisschen klarer zu Chancen kommen. Bessere Chancen. Ich glaub, die beste Chance war die von Stefan nach dem Solo. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr den Rückraum dann abdecken. Dann würde ich zum Flanken kommen. Ja, das kann ich mal probieren. Oh, leck. Sorry. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Ja. Ich glaub, jetzt ist wieder easy. Schild. Ja. Oh, ich weiß. Oh. Der Kleine kommt da zum Kopf bald, das ist ja auch eigentlich Wahnsinn. So ein Scheiß-Einwurf hat so lange gebraucht. So ein Scheiß-Einwurf krieg ich auch in kürzerer Zeit hin. Das sehe ich jetzt. Ah nein, doch noch einen Schritt zurück, dein Spiel. Scheiß, das ist auch nicht, was das war. Das habe ich doch nicht gedrückt. Das habe ich in der Gamer-Markierung orientiert. Ah nein. Ah nein. Schön. Ah fuck. Ah, das ist nicht so weit vorgelegt. Ah, das ist nicht so weit vorgelegt. Stark ist das denn. Ah, das ist nicht so weit. Schön. Ah, das ist nicht so weit. Ah, das ist nicht so weit. Schön. Boah. Schade. Aber knapp. Wieder Entfernung oder ist das? Nicht gut, ja. Oh nein. Boah, was für eine Ballernan. Abseits. Abseits. 400 Metern Abseits. Ich ziehe dir einfach mal kurz hier auf, nicht? Aber wenn du tot spielst, sag Bescheid. Nee, spiele ich nicht. Das wäre mir ein bisschen zu heiß. Zurecht. Ja. Mir auch. Boah. Was für ein scheiß Pass. Die Pässe kommen halt auch noch nicht an. Nein. Was für ein scheiß Pass. Du bist gut. Du bist gut. Ach, jetzt wird sich schon mal durch da. Blocken doch einfach alles. Stark. Boah, ich spiele doch einfach gleich der Helm. Das waren jetzt alles Blocken, was so in die Sechzehner fliegt. Ah, schau. Boah. So. So. So, hier. So. 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 Nein, ich bin nicht weiter. Das ist schon so. Ich bin nicht weiter. Schön. 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 Ich habe gedacht, der geht jetzt. Wäre auch unser Geet gewesen. Absolut. Ich blokowinchte. Naja, erstes Ziel erreicht. Nicht abgestiegen. Wie, das war ein ausgeglichenes Spiel. Guck dir mal die Statistik an. Ja, der Fuß denkt sich halt Statistik schmarschtistik, ne? Ja. 61% Ballbesitz. 10 zu 3 Schüsse. 7 zu 2.